Hallo, ich bin die Margit, bin am 22.07.1962 geboren und liebe es vor der Kamera zu stehen. Meine Lieblingsfilme sind natürlich bayerische Filme, weil ich aus Niederbayern komme und ich dann meinen Dialekt so richtig gut ausleben kann. Natürlich funktioniert es auch mit Hochdeutsch, wobei ich denke, das wird man auch immer ein bisschen kennen, so wie jetzt. Die verschiedenen Szenen, zum Beispiel, ich kann fürchterlich grantig werden. Warum hast du das gemacht? Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, du bist alt, ich kann es nicht ausbrechen. Ich kann aber auch nicht fürchterlich weinen und traurig sein, dass wir die Tränen kommen und zu fließen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich ein total lustiger Typ. Ich bin bei für alles positiv eingestellt und würde mich natürlich super, super freuen, wenn ich von euch irgendeine Sprechrolle oder eine Kleindarstellerrolle auch ohne Text bekommen könnte. Ich war schon bei vielen Sendungen dabei, meistens leider nur als Kompasse, aber ich durfte auch schon einige Sprechrollen übernehmen. Ich hoffe, dieses kleine Video heute Morgen in der Früh wird reichen und drück mir dann mal selbst die Daumen. Dankeschön für alles. Tschüss.